oh meine liebe ich habe ja gesagt ich nehme euch mit wenn die umi weil umi ist für den fisch zuständig weil fisch gebe ich zu kann ich nicht und das macht die umi am besten kannst du mal bitte erklären was jetzt hier hast du gemacht was hast du denn jetzt hier vorbereitet das ist da sind die doraden doraden sind gefährlich und ich habe hier oben die flossen und die gräten habe ich hier abgeschnitten weil wenn man da rankommt tut man sich sehr weh so du hast jetzt in zitrone schon mal gelegt da hinten hast du Knoblauch so und jetzt nimmst du das mal trocken wieder gucken siehst du richtig schön ganz frisch ich freue mich richtig so so machst du jetzt erstmal trocken warum machst du die trocken also du melierst du die noch die augen sind jetzt so ein bisschen trübel von durch die zitrone weil vorhin waren ja da sind die bienen schätze ich bin heute so krugig aber okay so dann das ist auf und würze sie sind würzung zu pfeffer und salz mehr ist da nicht würzt du auch nur von innen ja eigentlich würzt du auch von außen aber ach so okay von außen also was du dann so rauf und reib sein ja ok muss man ja wissen so gut na? mein titty war der eigentlich inzwischen mal pullern? weiß ich nicht so dann schmacksmäßig tue ich ganz gerne ein bisschen knoblauch ein so und jetzt kommt kann man gefrorene nehmen bietet sich an ich hatte den vorhin schon einmal rausgenommen ich liebe die fisch und dill ich liebe es Tilly geht es dir besser mein Baby ja mein Schatz geht es dir wieder besser ein bisschen bei mir kann sie ganz viel dill rein machen mein Baby geht es dir wieder besser ein bisschen feststopfen damit er nicht rausfällt ich mache euch gleich ein bisschen Fleisch ja Baby Mama macht gleich ein bisschen Fleisch so so und jetzt liegen die hier da ist mein krankes Schätzlein ne jo mein Schatz jo mein Schatz jo Mama kommt gut so weiter geht es dann werden sie jetzt meliert kriegen sie eine schöne Kruste ja ja Mama macht warte Schatz Mama macht ein bisschen Fleisch ne so jetzt sind sie meliert der tote Fisch der tote Fisch der tote Fisch und jetzt Frau Rossmann ja der tote Fisch jetzt hat sie irgendwie eine so eine längliche Pfanne also die nimmt sie immer für Fisch Fischpfanne eine Fischpfanne ist Rapsöl drin mit Rapsöl so machen wir es mal ein bisschen Dampf jetzt warten mal bis das heiß wird und dann kommen die Fische rein die Fische der Fische ja ja so und jetzt liegen sie in der Pfanne so und jetzt müssen sie langsam vor sich hin gut hin jetzt putzen sie langsam vor sich hin von beiden Seiten goldbraun und wir zeigen euch dann wenn sie kurz bevor sie aus der Pfanne kommen Zwischenstand sehen sie schon schön aus ja Fisch da ist sie also Fisch immer Irmi kocht nicht viel weil sie ja selber sagt sie kann nicht kochen ne aber Fisch und Steaks das muss die Irmi immer machen ne weil das kann ich nicht also gebe ich auch ehrlich zu weil dafür ist die Irmi zuständig ich freue mich schon ich habe euch auch richtig Hunger und heute ist immer noch der 12. Oktober wir haben jetzt 16.55 Uhr das gute Geschmackswegen das gute Geschmackswegen kommt jetzt noch ein Stück Butter rein dazu gibt es einfach nur Baguette einfach nur Baguette so meine lieben und so sind sie jetzt fertig und jetzt kommen sie aus der Pfanne und auf den Teller und wir lassen uns es schmecken ich hoffe der kleine Kochflock von der Irmi hat euch gefallen so jetzt steht sie hier auf jetzt stehen die Fische hier auf dem Tisch und die Irmi packt jetzt was drauf ich freue mich ich habe echt Hunger ich möchte die kleinere beide gleich groß so guten Appetit wir nochmal also das müssen wir euch natürlich zeigen ne die Irmi ist noch am knabbern aber Ratzekale leer gut von mir habe ich ein Stück abgegeben weil ich meine es wieder nicht geschafft habe aber Leute Leute es war spitzenmäßig 20 von 10 Punkte ja also fein gemacht lecker wie immer die sowohl das ist